Berwick, zieh mal den Unverletzten auf dich. So, du Blitzdingsen, du Herzschuss und dann dort das. Okay, nochmal ein bisschen schon mal weg. Den Speer, das Gesicht, du wirst das. Das ist nötig. Das ist nötig. Wir sollten diesen Schlachthof ausspülen und von allen Ungebrochenen, soll man sich hier noch herumtreiben? Ja. Zorn bei Ungebrochenen hinzugewonnen, sehr schön. Eine ruinierte Rüstung. Die Rampe muss runtergelassen werden, ja? Robuste Metallstange, dieser ehemalige Speer hat seine Nützlichkeit als Waffe verloren. Als provisorischer Hebel. Sorry, ich kann das nicht machen. So, können wir jetzt auf deine Hilfe vertrauen hier oben? Wenn nicht, müsste ich mal kurz in deinem Lager rasten. Äh, ich war hier. Das Versteck für den Schlüssel. Andere. Wo sind denn Questgegenstände? Nochmal hier. Eine robuste Metallstange. Die Brücke gehört uns. Wenn du kühn bist, greife das vor selbst an. Dieser zusammengewürfelte Haufen von Plünderern ist momentan ungeschützt. Ja, das hilft mir wirklich sehr viel. Ich weiß nicht, war die Standarte hier gemeint mit der verschlossenen Kiste? Oder gibt es noch eine weitere? Das werden wir ja sehen. Ich muss erstmal wieder hier hin zurück. Oh. Du kennst dieses Sigil bereits. So. Wegballern. Und ja, Lyra holt ein bisschen auf langsam. Lustig, wie Theodor mich die ganze Arbeit machen lässt. Oh ja, und ich wollte einmal rasten. So. Damit Lyra wieder gesund ist und wir unsere Ultimas wieder haben. So. Zwei resolute Klingen und eine Himmelsklinge. Mutterloser, Mutterloser Schweine piep piep. Wenn ich mit dir fertig bin, finden die fliegen keinen Platz mehr, um auf deiner widerwärtigen Haut zu landen. Ist sie nicht die beste? Ich wünsche, wir könnten sie behalten, aber sie scheint mir nicht der Typ zu sein, der sich lebendig gefangen nehmen lässt. Du machst es dir noch selber schwer, Elia. Eigentlich mache ich es dir schwerer. Verpiss dich und sag deinem Oberherrn, er soll sich ins Knie... Ja. Das Tor kracht zu und deine Unterhaltung mit dem Hauptmann der Ungebrochenen ist beendet. Oh, da will sie gar nicht mitmischen. Hm, auch gut. So. Ja. So. Okay. Ähm... Zor der Wüterin? Falsch, Stoob, Lücher und Beric. Tod voll, ganz alt. dann machen wir mal tot von oben okay sie ist aber auch ganz schön angeschlagen das war jetzt knapp machen wir mal ein eisensturm schwert und schießen das auf der schicksalsbild zu werden weg aus eisen kombo unterbrochen ich sollte die brücke also die rampe eher blockieren mit berwick und lyra und mich vorbereiten und dann einen vorschicken und dann eine resolute klinge erst mal erledigen das wird das beste sein wenn ich die beiden so hier hoch schicke und dann erstmal so das war der eine schachzug jetzt siehst du dich erst mal zurück gut du aktivierst das gut tot von oben du heizt höhere du schwächst den so du heizt berwick du blitzstigst beide das hat wieder nicht ganz richtig geklappt es sind halt immer diese resoluten klingen die sie dabei haben die machen viel zu viel schaden und stecken viel zu viel ein aber diese variante wäre mich ganz so weiter zurückzuziehen und hier zu buffen das heißt nur lyra getroffen so da geht das tor wieder zu während sie abhaut so du machst gleich mal tot von oben du schwächst ihn eist ihn und tot von oben tot von oben tot von oben du heizt höhere gleich mal flammen halt den gut du heizt höhere fahrer du heizt berwick das auf den okay okay lyra bleib nicht mehr lang am leben also ich brenne den nochmal ab du heizt du bist kaum verletzt du bist schwer verletzt du bist fast tot und kein heizt und kein heizt zauber der bald aus oder ich muss berwick vorschicken das nicht lyra das ziel vom fernkämpfer wird vor allem äh äh tu buff tu du 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 den du ich sagte du den so mach es dir nur nicht schwerer und das Gespräch beenden so tu das tu gleich mal den Tod von oben auf den jetzt haben wir genau das verkehrt rum mit problem wow das hat gut weh getan ihr beide halt mal berwick du fattel den ab das der ist fast tot dann bringt den 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 die den 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 und den den Ja! Das ist nicht sinnvoll. Ich sollte etwas probieren.